Ja, Waffel. Hey, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir, Venti? Ja, ich hab irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen. Weiß nicht. Oh nein. Ja. Hast du irgendwas da? So, lass mich mal überlegen. Doch, ja, hast du es schon mal mit einer heißen Waffel versucht? Wie war das heiße Waffel? Schlief's? Moment, ich hab da was vorbereitet. Hey Gott, hau! Halt still! Es wirkt nicht, wenn die Waffel verrutscht. Au, 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 au. Ah, lecker. Nein, nein, erst essen, wenn's kalt ist. Die ist ausgependelt. Au, 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 au. Au, 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 au.